herr leute willkommen zurück zu let's play tomb raider 2013 hier geht voll die action ab gerade er dreht voll am rad hier nur weil ich einen pieselmord gemacht habe ihr solltet auch kräftigen alles gut alles gut weil es lieben ich habe nur ein Pinkelmord gemacht ja er hat geringer Prozent Sachen für Sachen Sankt Prozent ein Komunikationsknappheit hast du wirklich nicht ich wollte das nicht schreiben aber ich muss denn es ist vielleicht meine letzte Chance deine Mama ist in Schwierigkeiten und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg ich weiß nicht wann und ob du das hier je liest aber du sollst wissen dass ich für dich gekämpft habe alles in meinem Leben war für dich die Jobs weg von zu Hause das gesparte Geld die vielen Opfer ich bedauere was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst falls ich nicht zurückkomme suche Conrad Roth du kennst ihn nicht aber er ist der beste Mann den ich je getroffen habe und er ist dein Vater du hast deine Augen du bist das Licht meines Lebens und ich liebe dich über alles und schüttel und schüttel Matikor er wird das erste Mal gelacht ja wenn ihr das genommen haben denn dann rast dich so aus er ist schwer scharf korea p die noch einmal die treppe den planen Äh, sammeln Sie die Kopfschlüsse, exigieren Sie uns. Okay. Okay. Da den Pfeilen. Und fort. Oh, eine Kiste. Kiste, Mist. Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adeliger benutzt wurden. Ach, da muss ich gar nicht gucken. Alles Klärchen. Machen wir das Teil, anstatt sie mir das Teil auch klauen. Oh, ja. Gehen wir hier lang. Springen! Darauf. Und machen einen auf Assassin. Mein Xbox-Controller ist bald leer. Ich brauch mir dazu zusätzliches Kabel. Das ist schlimm. Ein Akku, oder? Das ist schlimm. Ein Akku, oder? Warte mal, was? Warte mal, was? Oh! Böller! Oh, Mann! Warte mal! Verdammt. Einí! Hier, hier… Nein, du murderer… Du brenst! Hüi… das diesen Marder wirklich hier noch Klasse habe ich gemacht Klasse um vor allem uns klicken die haben weiß ich auch was aufgebaut also der Zeit können in die Wortwürfel die nichts mehr für mich die Pflanze wieso springt als ob sie zu kommen sie Profeuern zu diese neuen diener unterstellen sich euch unsere herzen mit feuer sind wir an euch ihr seid ihr seid der sturm der wütet in der Hand wir sind eure Kinder ja wisst ihr was wenn sowas bringt Religion mit sich ich hab nichts gegen Leute die glauben und so und das für sich behalten ne und wenn sie einen hier die Glauben aufdrücken wollen hier so aufs Auge drücken ne dann werde ich stinky und dann brennt hier alle also so wird das dann aussehen dann komm ich mit einem Feierbogen zu euch und dann ist aber wer wirst du denn Alter oh mein Gott voll die kranken ne Kiste noch eine muss mir kurz die Nase vor vor ich nicht älter aus als ein paar Jahre ja vielleicht liegt das daran dass die Leute voll gelebt haben dann kamen die Leute und haben hier alles gekippt was nicht weiter auf dem Baum ist das können wir ganz was ist denn da so immer schön auf den Boden gucken ich will das ja zu 100% machen 100% äh äh und und ich krieg immer Schaden alter oh ich ich und mal hier weiter oh 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 że chope Chuck insky d was was muß ich nein 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 nicht to nicht tot nicht tot was passiert ich muß hier raus fühl עם Amnesia Ja. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Shit. Man, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs. Nochmal. Lockert mal. Ich sammel erst mal. Oh, macht mal. Es ist sinnlos, Ray-Ell. Bereit? Jetzt! Ganz nochmal. Lara, hier läuft eine komische Scheiße aus. Wir haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Sonnengeist. Wir sind von Yamatai. Das ist doch ein Biss. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja. Sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. Haltet euch irgendwo fest. Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na, toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Dem heißt sie auf dem Käfig drauf. Festhalten. Ja, ich weiß, ich bin ja auch... Hier wird es langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Das hier ist es, Lara. Ruh uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Einst noch und wir können alle zusammen hier raus. Hm. Ich weiß gar nicht, dass du. Ich weiß gar nicht, dass du. Äh, oh mein Gott. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich bin doch nicht da runter, wenn ich denn... Der Pad. Ich bin doch nicht da runter, ich bin doch nicht tot. Oh mein Gott. Sehr schön. Alter, das sieht aus wie die Hölle. Wie komme ich hier hoch, man? Wow. X. Ja, ich bin doch schon dabei, Leute. Oh Gott. Ihr feilt nicht. Alter. Keine Scheiße hier, ja. Ich muss die Gase einatmen, ja. Ich bin nicht auf Gase einatmen. Da werde ich immer so gasig von. Oh. So. Erst das. Er ist doch in Ordnung. Was ist das? Ja, komm, 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 hier. Okay, dann geht's. Ich hole noch Sam und Whitman. Ich bin gut. Kommst auf die Kau. Aufschub. Ja, mach ich. Ich hänge auch nur vor der Hölle. Über der Hölle. Vor, über der Hölle. Alter. Hoch, 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 hoch. Alter, das ist die pure Hölle da unten. Oh, hoch, hoch, hoch. Wir sind draußen, aber alles stürzt ein. Ihr zerstört uns auf der anderen Seite der Brücke. Ihr verpisst euch. Alter. Oh mein Gott. Ey, nicht hier irgendwo noch eine Dose. Ich brauche eine Dose. Vielleicht sollte ich ihn nicht mit Feierungen enthalten. Oh mein Gott. Ey, jetzt kommt gleich noch diese Ohrnitypen, diese Dämonkrieger. Ich dir irgendwann das Richtige. Haha. Geht mir das. Hat sich ausgeholfen. Ja, ich versuch schon, Leroy. Ich versuch schon. Oh Gott. Und X. Hoch, 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 hoch. Aber die neue Königin, die sind frei. Die neue Königin holt die mal da raus. Okay. Also so doll auf Feuer steht jetzt nur noch nicht, oder? Naja. Was ist das? Wir könnten alle Freunde sein. Ja, aber nimm die Sache mit. Was? Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus dem Mikroskab. Was interessierten sei es so daran? Leute 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 Dafür ist keine Zeit Dafür Ja sowas passiert wenn man sich mit mir ne So war ich schon Gib mir Pfeile, gib mir Pfeile Gib mir dein Zoll Und rüber Und Hoch Ey ohne Spaß Ich hoffe ich komm hier nochmal hin weil Ich diese eine Schatulle nicht finde Dann äh Ist doch kacke hier Oh Lara Du erlebst Sie ja auch Ich meine sind sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen Wussten sie dass die anderen festgehalten werden? Ja Sam ist da drin aber ich kann sie nicht befreien Oh Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder Lara Das sind irre Mörder Doktor mit mir und wir müssen unsere Leute da rausholen Natürlich klar ich Ich passe hier auf Ruf mich wenn sicher ist So ne Pussy alter Es ist nicht so als ob ich das Vibe bin aber Ich glaube du verstehst nicht Du wurdest auserwählt Samantha Das ist eine große Ehre für dich Für uns alle Manche haben schon geglaubt wir finden dich nie Und jetzt bist du Bitte Ich weiß sie denken ich bin was besonderes Das bin ich nicht und ich will nicht auserwählt sein Es geht nicht darum was du willst Sondern darum was du bist Hemikos Blut fließt durch deine Adern Ich denke du weißt das Samantha Sie sind irre Mörder Fires Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft aber da ist keine Denselben Fehler habe ich auch begangen Ich dachte uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen Ich will einfach nach Hause So wie ich gleich Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben Denk nicht ich hätte nicht versucht von hier weg zu kommen Von diesem Ort Wir alle sind gefangen Aber du Samantha Du hast die Macht uns zu befreien Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben Die Brände werden schlimmer Das andere Mädchen ist weg Das muss ein Ende haben Dimitri Bewache sie mit deinem Leben Haha Dimitri Du wirst werben Du wirst tot sein Und dann Lara Oh mein Gott du bist hier Ich war hier schon kurz Wundurchdrehen Ist ok Ist ok Alles wird gut Meine Waffen Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los bevor er zurückkommt Cyber Verdammt Madame Woodmen Oh, nein. Lauf weiter, Sam! Ich komm schon irgendwie raus! Digga, ich hab, glaub ich, deine Schatulle gesehen, Alter. Oh, oh mein Gott. Hört auf, hier mit Bällern zu werfen, Mann! Oh, scheiße. Ha! Junge! Du bist nicht mehr ganz dick. Nein. Was ist das? Was ist das? Munition. Alter, ich brauch die Schatolle. Ja, umgeh mich mal. Ja, umgeh mich mal. Ja, jung, Alter, hau ab, Mann! Hau ab, Mann! Alter. Oh, Böder! Junge, dann schieß nicht auf. Ladies. Au, 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 au. Junge, schau auf, Mann, Alter. Was du wohl auf? Wer bist du denn? Boah, wer seid ihr denn, Alter? Seid ihr die Big-Bosse? Ihr seid aber schon... Hallo? Oh, ne, ich bin nicht froh. Ich bin nicht froh. Ich bin nicht froh. So, das war's. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah! Schatolle, Schatolle. Ich bin nicht froh. Ich bin nicht froh. nữa. Bis dann kommt mal. Also, ich bin froh. ja müssen nicht machen ein kaffee konzentration hier Kiste Oh, das verpässt ich mal. Alter. Alter. Durchlöchert bis ins Mark, aber Leben tut da unendlich oder was. Lass mich in Ruhe. Jetzt zeige ich euch an wegen Belästigung am Arbeitsplatz. 27 Minuten schon. Ich muss hier mal langsam raus. Ich bin nicht die Außerrede! Oh nein! 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 Oh! Oh nein lauf! Also ich stehe mich an! Oh! Mein Name ist trifft mittlerweile. Junge, ich muss hier raus. Aufnahme gibt's lange, Mann. Hopp, Mann. Los, alle! Findet die Auserwählte! Die gehört mir! Alter Schalter! Was ist das? Das Teil kannst du vergessen, Alter. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fällig, Alter. Du stirbst, mein Freund. Was ist das denn? Doing. Warum bin ich denn abgenippelt? Ah, ich verstehe. Eigentlich verstehe ich es nicht, Mann. Das sah witzig aus. Leute, ich muss langsam mal hier Ende machen. Das ist wieder so ein Part in Überlänge. Das war's mit dem Versteckspiel. Da fähig. Darf ich? Das war's mit dem Versteckspiel. Hab ich denn jetzt einen Granatwerfer dran? Okay. Easy peasy, würde ich sagen. Genau. Komm, ich hab'n Granatwerfer, Alter. Komm, wer war denn? He, he, he. Au. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, hat er eigentlich gespeichert? Ich weiß gar nicht. 31 Minuten. Das war's. Alter. Ich lade nicht nach. Das ist ne Lüge. Er schweichert. Pumpgun. Gemeistert. Nein. Jetzt lass' ich so. So, ich beende den Part gleich. Mach noch die Fähigkeiten hier. Ja, Knochen-Sammler. Okay. Dann beende ich den Part in Überlänge. Äh, als kleine Entschädigung, dass ich, ähm, nicht mehr so viel hochgeladen habe in letzter Zeit. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal bei 2Grader 2013. Bis dann. Ciao.